Josef möchte seiner Iris ein Kompliment machen. Du hast ein wunderschönes Gesicht, sagt er. Aber seine Iris ist alles andere als erfreut. Aha, ihm gefällt meine Figur nicht, denkt sie und ist beleidigt. Die Kollegin verkündet stolz, dass sie liegen gebliebene Arbeit erledigt hat. Aber der Kollege hört, das hättest du doch schon längst selbst erledigen können. Ach, wie schwierig ist es oft, etwas so zu hören, wie es tatsächlich gemeint ist. In der Bibel ist die Rede davon, dass sich Menschen aus aller Herren Länder trotz Sprachbarriere verstehen können, aufgrund des Heiligen Geistes. Auch wenn wir uns gegenseitig verstehen, wenn also Iris das Kompliment so hört, wie Josef es gemeint hat, ist der Heilige Geist am Werk. Wir sollten ihm ruhig öfter mal die Chance geben, dass er auch bei uns wehen kann. Pfarrerin Sibylle Türmel, Nittendorf